Der Kinderschutzpreis soll vor allem, glaube ich, Aufmerksamkeit erregen. Also in der gesamten Bevölkerung, die Leute, wie soll ich sagen, ein bisschen, nicht ein bisschen, es soll die Leute aufwecken, aufrütteln, dass es einfach nicht jedem einfach gut geht, dass es vielen Kindern einfach nicht gut geht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach sieht, dass es auch wirklich Kinder gibt, die jeden Tag, glaube ich, um ein schönes Leben kämpfen müssen. Was für viele vielleicht selbstverständlich ist, ist für die nicht selbstverständlich. Und deswegen freut es mich, dass es diesen Preis gibt und dass der, glaube ich, einfach aufrüttelt und vor allem auch, glaube ich, nachdenklich machen sollte, dass es nicht jedem so gut geht.